Um die wahre Wahrnehmung zu verstehen, müssen wir wissen, was ist eine falsche Wahrnehmung. Falsche Wahrnehmung bedeutet, wir betrachten die Welt durch einen mentalen, egozentrischen Filter. Dadurch wird die Welt interpretiert und das ist das, was als das Ego bekannt ist. Das Ego, so kann man sagen, ist letztendlich ein mentales Programm, das im Laufe unseres Lebens aufgebaut wurde und sein Selbsterhaltungstrieb durch Urteilen und durch Zweifel und durch Angst aufrechterhält. Das Ego, dieses mentale Programm, sagt uns, was wir sind, was alles ist, was wir erleben und es gibt alles, allem dem, was wir wahrnehmen, eine selbstbezogene Bedeutung. Eine selbstbezogene Bedeutung. Bedeutung, die durch unsere Selbstreflexion entsteht. ist eine falsche Wahrnehmung, weil sie definiert, was wir in Bezug auf jemand anderen sehen und erleben und was das mit uns selbst zu tun hat. Deshalb wollen wir erkennen, dass nichts von dem, was wir hier sehen, irgendeine Bedeutung hat oder auch nichts von dem, was wir hier hören. Ich höre gerade ein LKW, der Müll entsorgt. Jeder Mensch auf dieser Erde hat ein individuelles Ego. Es gibt keine zwei Ego-Filter, die gleich sind. Das ist für mich persönlich nach wie vor so wichtig zu verstehen. Es gibt keine zwei Ego-Filter, die gleich sind. Deshalb können wir in unseren Diskussionen niemals wirklich das gleiche Ziel verfolgen oder zu einem Ziel gelangen. Deshalb kannst du niemals die gleiche Welt sehen, wie ich sie sehe. Und für mich persönlich ist das wichtig, in persönlichen Beziehungen, mit einer Frau zum Beispiel, mit Silke. Ich muss verstehen lernen, dass sie niemals das Gleiche wahrnehmen kann wie ich, dass sie sogar die universelle Lehre, die wir den Kurs im Wunder nennen, ganz anders bereit ist zu verstehen wie ich. Und so gibt es auch unter Kurs in Wundern, Schülern und Lehrern unterschiedliche Sichtweisen, bis auch diese sich auflöst und wir uns in der Einheit erkennen. Und so müssen wir alle immer geduldig sein, wenn wir uns auf diesem Weg befinden. Es gibt niemals, niemals gibt es zwei gleiche Ego-Filter. Wenn wir also die Welt durch den emotionalen Filter wahrnehmen, sehen wir eine Welt, die völlig einzigartig ist. Andere Menschen sehen die Welt anders, so wie sie sich auf die Welt beziehen. Keiner hier sieht dieselbe Welt. Das zu verstehen, ist ein ganz hilfreicher Schlüssel. Denn dann können wir unsere Urteile langsam beenden. Wahre Wahrnehmung besteht darin, die Welt klar zu sehen, ohne den egoistischen Filter. Unsere Vorurteile, unsere eigenen Urteile und individuellen Selbstreflexionen werden durch die Praxis der Vergebung entfernt. So, dass wir in der wahren Wahrnehmung sind mit dem Heiligen Geist. Und ich habe für mich bemerkt, dass dieser Kurs mir eine freiere Sichtweise gibt, mein starres Denken aufgegeben wird. Und ich bin bereit, eine andere Sichtweise zu akzeptieren. Je mehr wir bereit sind, eine andere Sichtweise zu akzeptieren, desto mehr reifen wir in die wahre Wahrnehmung heran. Es dreht sich nicht darum, die andere Sichtweise zu torpetieren oder zu glauben, ich könnte sie richtig stillen. Da sind wir doch lieber still. Stimmt's? Da sind wir doch lieber ruhig. Da lassen wir doch lieber die andere Sichtweise gelten. Weil wir wissen, dass ein anderer Ego-Filter den Dingen eine andere Bedeutung gegeben hat. Und wenn wir mit der falschen Wahrnehmung konfrontiert werden, jeder weiß es, erleben wir Aufregung, Konflikte aufgrund der individuellen Interpretation dessen, was wir sehen, dessen, was ein anderer sieht. Und wenn wir durch die wahre Wahrnehmung, durch den reinen Geist in diese Welt schauen, entfällt die individuelle Interpretation. Sodass wir glücklich, entspannt und uns in vollständiger Akzeptanz dessen fühlen, was wir sehen, was wir hören, was wir wahrnehmen. Wir lassen uns nicht mehr irritieren von alten Geschichten. Von unseren Interpretationen, von unseren Ideen. Was wir wahrnehmen, ist frei, das zu sein, was es ist. Ohne diesen Filter, ohne diese egoistische Selbstbezogenheit hat die Welt keine Wirkung auf uns. Und das ist es, was wir verstehen wollen. Jedoch solange ich die Welt durch meinen selbstbezogenen Filter betrachte, hat sie natürlich eine Auswirkung. Das ist doch ganz klar. Und deshalb sind wir eingeladen, hier zu praktizieren. Die Theorie des Kurses im Wundern unterstützt die spirituelle Praxis. Aber die Theorie alleine reicht nicht aus, um die Selbstbezogenheit zu beseitigen, die sich im Laufe unseres Lebens in unserem Unterbewusstsein aufgebaut hat. Um das Ego aufzugeben und die wahre Wahrnehmung zu verwirklichen, müssen wir, und das ist es, was wirklich wichtig ist zu erkennen, wir müssen auf eine neue Art und Weise, auf eine strukturierte, wir müssen uns auf eine strukturierte spirituelle Praxis einlassen. Und deshalb ist es so wichtig, an den täglichen Übungen des Arbeitsbuches zu bleiben. Du kannst parallel dazu den Text lesen, das Textbuch lesen. Und mir hat es geholfen, durch das Arbeitsbuch das Textbuch besser zu verstehen. Das Textbuch, das habe ich mich damals, als ich mit dem Kurs begonnen habe, sofort drauf gestürzt und wow, habe festgestellt, wie überfordert ich war. Durch die Praxis des Kurses, durch die einzelnen Lektionen, wurde mir der Text geläufig. Und heute ist jede Zeile eine Quelle der Liebe. Unser Geist, der hat die Fähigkeit, die Übungen aus dem, die einzelnen Lektionen zu wiederholen, ohne den Übungen Aufmerksamkeit zu schenken. Und das müssen wir wissen, weil der persönliche Filter angewendet wird. Wir können die Übungen durchführen und uns dabei gleichzeitig ablenken lassen. Wir denken an unseren Partner, an unsere Kinder. Wir glauben, wir denken an die E-Mails, die wir vielleicht noch zu schreiben haben und so weiter. Ich schaue eine Lektion an, die zum Beispiel die heutige. Ich habe allem, was ich in diesem Raum sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Ich schaue den Stuhl an, mache diese Lektion und denke gleichzeitig an die Dinge, die ich noch zu erledigen habe. Oder an die Probleme, die mich gerade beschäftigen. Du kennst das selbst. Und durch dieses abgelenkte Üben entsteht überhaupt nichts. Und deshalb die Einladung stelle absolut sicher für dich, dass du diese Praxis bewusst machst. Es sind heute nur wieder wenige Minuten, die du aufgefordert bist, diese Praxis bewusst zu machen. Aber wenn du diese wenigen Minuten nicht bewusst machst, dann wird es dir schwerfallen, die späteren Lektionen, in der mehr Zeit von dir gefordert wird, einzuhalten, um die Praxis durchzuführen, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen. Und abgelenktes Üben, so kann man sagen, ist eine Ego, ist eine Ego-Technik. Dadurch erhält sich das Ego selbst. Und das ist es, was wir zu verstehen haben. Aber wenn ich heute die Minuten nehme, zu denen ich eingeladen bin, zu üben und mich voll darauf einlasse und auch das Ergebnis erwarte. Wie gesagt, das Ergebnis ist immer Frieden. Wenn ich so lange praktiziere, bis ich Frieden habe und durch bewusstes Praktizieren wird dieser sich sehr schnell einstellen, dann ergeben diese Übungen Sinn. Dann werde ich das Ziel des Kurses im Wundern, kann ich heute schon mit der Lektion 2 vollkommen in mir erfüllen. Also bewusstes Üben, damit der persönliche Wahrnehmungsfilter, der individuelle Wahrnehmungsfilter, der sich mit keinem anderen Ego-Denksystem gleicht, damit dieser sich endlich in Wohlgefallen auflöst. Denn genau dieser persönliche Wahrnehmungsfilter, diese individuelle Sicht auf die Welt, ist doch das, was immer wieder die Konflikte hervorruft. Solange ich mich auf diesen individuellen Filter berufe, ja, solange bin ich ständig im Konflikt. Und Konflikt bedeutet, ich bin in Angst. Solange haben wir Beziehungen, die uns schwächen, solange sind wir in Beziehungen gefangen, die uns scheinbar vom Frieden abhalten. Doch wir sind es, die den Frieden dissoziieren, weil wir diesem persönlichen Wahrnehmungsfilter allen Glauben schenken. Und noch einmal, je mehr wir diesen Filter aufgeben, desto leichter fällt es uns, die wahre Wahrnehmung einzunehmen, die alle Dinge so sein lässt, wie sie sind. Aber durch unsere psychischen Störungen, so möchte man sagen, glauben wir tatsächlich, dass das, was ich sehe, dass das, was ich wahrnehme, die Realität ist. Weit gefehlt. Die Realität sieht wohl die Unterschiede, weiß aber, dass es nicht die Wahrheit ist. Man kann wohl dieses und jenes sehen, wahrnehmen, aber man springt nicht immer gleich auf den nächsten verrückten Gaul drauf und lässt sich davon wieder irreführen. In eine Welt führen, die uns doch immer wieder von Konflikten, Problemen und Themen berichtet, die uns nicht glücklich machen. Und so helfen uns diese Lektionen, all den Müll, all den Mist, all den Bullshit, den wir als wahr erachten, endlich aufzugeben. um zu erkennen, was wahr ist, um zu erkennen, was wahre Bedeutung hat. Die wahre Bedeutung finden wir nur in dem Licht, in Gott, in der Liebe. Wo denn sonst? Ich habe keine bessere Idee wie dieses. Hast du eine bessere? Also erinnern wir uns, es gibt niemanden, wirklich niemanden, der die Welt so sieht wie du. Nicht mal dein Mann, nicht mal deine Frau, mit der du schon 50 Jahre verheiratet bist. Es ist unmöglich. So wie es keine gleiche Schneeflocke gibt, so gibt es keine gleiche Sichtweise auf irgendetwas. Auf irgendetwas. Siehst du schon, alleine durch dies lässt sich erkennen, wie verrückt wir sind, wenn wir an das glauben, was wir sehen, was wir wahrnehmen. Und so lösen wir die Fesseln heute wieder. Die Fesseln an diese Welt, von der wir geglaubt haben, dass wir es sind. Wir glauben, wir sind unsere Wahrnehmung. Aber was ist Wahrnehmung? Wahrnehmung ist eine Projektion. Und die Projektion wird durch mich erzeugt. Und dann suchen wir uns manchmal politische Systeme. Wir versuchen uns als Egos zusammenzurottern in irgendwelchen Kirchengemeinden, in irgendwelchen politischen Systemen, in irgendwelchen Vereinen, in irgendwelchen Sozialsystemen und guck hin, wie viele Konflikte dort sind. Egos roten sich zusammen, um vielleicht eine gleiche Ansicht teilen zu können, aber in dieser, in diesen Zusammenkünften wird weiterhin der Ego-Filter stark gemacht. Er wird nicht aufgegeben. Und deshalb brauchen wir spirituelle Praxis. Und diese Praxis, wenn sie bewusst durchgeführt wird, wird unser Unterbewusstsein, unser Ego-Filter aufgegeben, so dass wir uns als Eins erkennen und nicht mehr durch den Ego-Filter schauen, als Eins. Denn unser wahres Selbst sieht, wie gesagt, die Unterschiede wohl noch, bis auch diese sich auflösen, aber das ist jetzt nicht unser Thema, sieht die Unterschiede doch noch, aber erfasst die Liebe in sich. Und wenn ich beginne, diese Liebe, diese Existenz der Liebe, die ich bin, in mir zu erkennen und in allem zu erkennen, dann sehen wir uns dort, wo wir in Wahrheit nach wie vor sind. Du wie ich. Und so möchte ich dich motivieren, diese Lektionen heute sehr bewusst durchzuführen. Und wenn du dich, weißt du, wir sagen uns wohl, naja, eine Minute, dreimal eine Minute oder viermal, das, aber achte mal darauf, wie schnell du abgelenkt wirst in einer Minute, wie viele andere Gedanken dir durch den Kopf gehen, wie viele Ideen des Ego-Filters deinen Geist plötzlich heimsuchen und du abgelenkt wirst. Eine Minute in absoluter Konzentration, eine Minute in bewusster Praxis wird dir so vieles aufzeigen können. Denn wir sind es, die allem, was wir sehen, unsere persönliche Bedeutung gegeben haben. Wir sind es. Auf dieser Straße, von diesem Fenster aus, an diesem Ort, an das, was wir denken, und genau das, diese Bedeutung, die wollen wir aufgeben, die es für dich hat, nur für dich. Wie gesagt, niemand anderer kann die Bedeutung dessen, was du siehst, mit dir teilen. Und deshalb fühlen wir uns doch alle getrennt. Deshalb fühlen wir uns doch einsam, auch in Beziehungen. Wie gesagt, 50 Jahre und dennoch die Einheit, nach der wir suchen, die finden wir in uns und nicht in der Beziehung, nicht in der Welt, denn ich habe ja der Welt die Bedeutung gegeben, die es durch meinen Ego-Filter hat. Sei bewusst, sei bewusst, sei bewusst, das könnte man heute als Kernbotschaft weitergeben. Das ist es, was heute weitergegeben wird, um Klarheit zu bekommen. Klarheit wo? Klarheit im Geiste. In der Welt finden wir keine Klarheit. Wie ist das möglich? Durch das, was du heute gehört hast, kannst du unmöglich noch glauben, dass du in der Welt, das heißt, in deiner Welt, in deinen Bedeutungen, in den Dingen, die du siehst und wie du sie siehst, irgendetwas finden kannst. Dort findest du keinen Frieden. Dort kannst du kein Glück und keine Liebe finden. Und so sind wir heute wieder zusammengekommen, um den Ego-Filter jede Bedeutung zu nehmen, die wir gemacht haben. Und du siehst, letztendlich ist es nicht schwer. Die Lektion heute kann dir extrem hilfreich sein. Das Ego sagt, und deshalb ist es ja bei den Lektionen mit dabei, und deshalb versucht es dich ja ständig abzulenken, wir machen den Kurs, aber ich bin dabei. Suche, aber finde nicht. Und das Ego ist eben nicht dabei, wenn wir in Bewusstheit die Lektion heute durchführen. Eine Minute in absoluter Konzentration. Beginne mit zwei bis fünf Sekunden und dehne diese zwei bis fünf Sekunden bis zu dieser eine Minute aus und vielleicht hast du dann Bock noch weiter zu machen. Vielleicht möchtest du noch mehr und wow und plötzlich wird dir in dieser eine Minute eine völlig neue Welt gezeigt. Weil dein Filter an Bedeutung verliert. Weil deine Idee an der Welt an Bedeutung verliert. Mache Mache dir über das hier Gesagte wirklich Gedanken. Schau es dir an. Fühle, was dir hier mitgeteilt wurde. Und beginne zu verstehen aus dem hier Gesagten, warum es so wichtig ist, zu praktizieren. wie gesagt, noch niemand hat gekocht oder ein Essen geschmeckt aus dem Studieren und Lesen eines Kochbuchs. Niemand hat jemals sein Leben verändert durch das Lesen eines universellen Lehrplans. Erst die Praxis, verbunden mit unendlicher Geduld, wird dich genau dorthin führen. Wie wundervoll. und so bin ich dankbar. Dankbar, dass ich diese Worte zu dir sprechen durfte. Dankbar in diesem gemeinsamen Erkennen und letztendlich auch dankbar, immer mehr zu verstehen, wie leicht doch dieser Kurs in Wundern ist. Danke. und so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020